dp audiobooks präsentiert wer braucht schon ein rockstar teil 1 der rockstar crush reihe von sarah berlin gelesen von amanda felser und urs remont wir wünschen viel freude beim hören kapitel 1 noemi in meinem lieblings coffeeshop im belebten berliner kiez friedrichshain herrscht am montagvormittag noch eine angenehme morgendliche ruhe der laden mit seinen zart rosa gestrichenen wänden ist fast leer und ich mache es mir in der ecke am hinteren fenster gemütlich zwei schwangere frauen sitzen auf dem pinkfarbenen plüschsofa und lassen sich zwei kaffee latte bringen eine ältere dame mit einem winzigen chihuahua auf dem schoß verspeist genüsslich ihr stück käsekuchen es ist mir noch zu frisch um zu dieser zeit draußen auf dem bürgersteig zu sitzen obwohl die strahlende spät april sonne wieder mal die illusion vermittelt der frühling sei endgültig angekommen ich bestelle mir eine heiße schokolade und ein cupcake mit sündhaft leckerem erdbeertopping als ich in der geldbörse nach dem kleingeld fische wird mir wieder mal bewusst dass ich dringend einen job brauche seit drei jahren studiere ich kunstgeschichte und slavistik wohlwissend dass mir meine berufswahl nicht gerade eine finanziell abgesicherte zukunft verspricht doch für was praktisches und bodenständiges wie bwl oder lehramt war ich damals nach dem abi nicht zu begeistern ich mag nun mal sprachen und kunst und berechnend war ich auch noch nie lieber verbringe ich die restliche zeit bis zur rente mit dingen die mich interessieren und verdiene weniger geld statt einen gut bezahlten und sicheren aber langweiligen und nervtötenden job machen zu müssen aber ganz ohne geld geht es leider auch nicht und da hilft mein idealismus nicht wirklich noch vor zwei wochen habe ich neben dem studium als babysitterin gearbeitet doch ich habe gekündigt die zwei verwöhnten kids einer frisch geschiedenen anwaltsgattin haben mir den letzten nerv geraubt die ständigen wutanfälle und bockigkeit der knapp dreijährigen zwillinge sind mir eine zu große herausforderung geworden ich mag kinder wirklich aber diese kleinen kevins im doppelpack haben mich an meine grenzen gebracht frau becker hat zwar öfter meine engels geduld und gelassenheit gelobt und bewundert innerlich kämpfte ich dennoch fast täglich mit dem wunsch die zwillis unter die kalte dusche zu stecken oder in der kammer einzusperren bis sie aufhören zu schreien und sich theatralisch auf den boden zu schmeißen und das taten sie regelmäßig sei es auf dem spielplatz beim einkaufen spazieren gehen essen anziehen oder zu bett gehen und zwischendurch auch frau becker meinte entschuldigend das wäre ihre reaktion auf die scheidung sie hätten lediglich ein trennungstrauma und bräuchten besonders viel aufmerksamkeit und liebe mein starker verdacht war eher dass sie ihren papa der vor einigen monaten ausgezogen ist gar nicht so sehr vermissen sondern vielmehr ihre mama frau becker schenkte ihre volle aufmerksamkeit ihrem jungen liebhaber einem unverschämt gut aussehenden yoga lehrer und tantra coach der angeblich auch der grund für die trennung von ihrem fast 20 jahre älteren ehemann war tagsüber waren die zwillis bei der tagesmutter und abends kümmerte ich mich meistens um sie manchmal sogar jeden tag in der woche der job war gut bezahlt doch ich sah bald ein dass ich mit diesen beiden kindern nicht so richtig umgehen konnte besonders weil sie im doppelpack vorkamen an einem abend als sie sich nach dem essen schreiend und tobend weigerten ins bett zu gehen und ich tomatensoße mitsamt vollkornspaghetti nicht nur auf meinem t-shirt sondern auch in den haaren hatte reichte es mir ich rief frau becker an und sagte ihr ohne viel zu erklären dass ich kündige und nach hause gehen möchte am ende taten mir die zwillis dennoch leid die jungs sahen so süß und unschuldig aus als sie in ihrem designerbettchen endlich eingeschlafen waren trotzdem habe ich meine entscheidung nicht bereut das einzige was ich jetzt bereue ist meine chronisch leere geldbörse meine eltern unterstützen mich zwar immer noch finanziell doch mit meinen 22 jahren fühle ich mich verpflichtet für die extra kosten hier in berlin selbst aufzukommen ich gebe zu mit meinen mädels gehe ich viel zu oft essen oder einfach mal shoppen auch wenn ich nicht unbedingt neue klamotten brauche nicht dass ich mich als verschwenderisch bezeichnen würde aber ich gönne mir gerne sachen die mir gut tun und die kosten ja meistens geld ein neuer job muss her und zwar möglichst schnell der cupcake schmeckt sündhaft gut und ich vergesse sofort meine guten vorsätze auf süßigkeiten zu verzichten und endlich ein paar kilos abzuspecken fett bin ich zwar nicht aber als schlank kann ich mich auch nicht bezeichnen nur wenn ich mich in die enge shapewear wäsche zwinge die meinen hintern und die hüften schön kaschiert sehe ich einigermaßen schlank aus wenn man aber mit jemandem ins bett geht wird spätestens beim ausziehen klar dass ich gemogelt habe und das will ich nicht der kerl soll sich schließlich nicht verarscht fühlen klar könnte ich stolz sagen ich stehe zu meinen weiblichen rundungen das tue ich ja auch ich brauche keinen push-up bh und ich besitze einen hintern wie eine latina die meisten männer stehen doch auf frauen mit kurven nicht wahr es ist alles nur in meinem kopf diese blöde erinnerung an meinen letzten lover paul in den ich wahnsinnig verliebt war und der mich nach drei monaten beziehung mit meiner freundin lara betrogen hat weil er wenn er ganz ehrlich ist doch auf richtig schlanke frauen steht wie er mir anschließend gestanden hat das hat noch mehr wehgetan als die tatsache dass ich nicht nur ihn sondern auch eine gute freundin verloren habe lara hat eine model figur lange schlanke beine wespen taille und einen kleinen aber knackigen hintern von der trennung vor einem halben jahr habe ich mich schon vollständig erholt nur mein selbstbewusstsein knabbert immer noch an der tatsache dass ich für einen so tollen mann wie paul offensichtlich zu dick war also müssen mindestens fünf kilo weg bevor ich mir zutraue mich auf einen neuen mann einzulassen aber wie bescheuert ist das denn vor pauls fremdgehen habe ich mich doch pudelwohl in meiner haut gefühlt und fand mich sexy und attraktiv so wie ich war soll ich jetzt einem untreuen kerl erlauben dass er mein gesundes selbstbild so stark ins wanken bringt nein diese genugtuung will ich ihn nicht länger geben genüsslich und trotzig beiße ich in den weichen saftigen teig ich brauche nun mal meine ersatz befriedigung schließlich habe ich meine bedürfnisse mein körper ist schön so wie er ist und was paul davon hält sollte mir an meinem prallen arsch vorbeigehen endlich mache ich meinen laptop auf und widme mich meiner arbeit für die baldige prüfung in kunstgeschichte das thema was ich mir ausgesucht habe lautet frau als muse in der geschichte der malerei ich recherchiere gerade über alma maler und ihre beziehung zu den malern klimt und kokoschka sie war überhaupt nicht schlank sie war vielleicht sogar fülliger als ich aber die männer waren verrückt nach ihr und man nannte sie das hübscheste mädchen von wien wie blöd ist das mit den schönheitsidealen sie sitzen uns nur unter druck statt unsere weiblichkeit so zu zelebrieren wie sie ist am liebsten würde ich mir noch einen zweiten cupcake bestellen um mir demonstrativ zu beweisen dass mein körper genauso attraktiv ist wie der von lara jedoch beherrsche ich mich noch rechtzeitig ich will ja nicht übertreiben dazu klingelt mein handy es ist ben mein zwei jahre älterer bruder bruderherz was gibt's begrüße ich ihn morgen noemi schon am studieren ja ich versuch's zumindest der abgabetermin ist nächste woche sag mal brauchst du immer noch einen job ich denke ich hätte was für dich plötzlich bin ich ganz ohr nicht dass ich seinen fähigkeiten als geschäftsmann besonders vertraue seit er sein informatikstudium geschmissen hat hat er so einiges versucht auf die reihe zu bekommen bislang jedoch ohne erfolg aber ich brauche das geld und daher bin ich bereit mir anzuhören was er zu bieten hat ja ich brauche sogar dringend einen job paps wird mir so schnell nichts mehr geben antworte ich und seufze unsere eltern haben mir vor vier monaten zum 22 geburtstag ein gebrauchtes auto geschenkt und daher traue ich mich auf keinen fall nach irgendwelchen krediten oder sogar geld geschenken zu fragen ich muss mir die nötige kohle alleine dazu verdienen wenn ich schon mit meinem monatlichen budget nicht klar komme an was hast du denn gedacht erkundige ich mich interessiert also ich habe mich neulich meinem kumpel sven als geschäftspartner angeschlossen er hat im winter ein start-up gegründet also eine agentur für hundesitter und das geschäft läuft sehr gut besonders in grenzlauer berg und mitte daher war das für mich zweifellos eine sichere investition er stellt neue leute ein weil die nachfrage immer größer wird hundesitter agentur davon hast du mir noch gar nichts erzählt unterbreche ich ihn skeptisch naja ich wollte erst eine weile abwarten und sehen ob es wirklich so gut läuft bevor ich es an die große glocke hänge ma und paar wissen auch noch nichts davon ich werde es ihnen am wochenende erzählen wenn ich sie besuche okay verstehe das heißt du meinst ich sollte als hundesitterin arbeiten frage ich mit zweifel in meiner stimme genau du magst ja hunde und sie sind nicht so nervig wie kleine kinder du kriegst pro stunde zwar etwas weniger als das für deine kevins bekommen hast aber dafür ist der job weniger stressig hör zu ich habe sogar ein sonderangebot für dich ein kunde